Schön, dass ihr dabei seid. Heute YouTube, hier Donnerstag, hoffentlich. Wenn nicht Donnerstag ist, ist ein Fehler passiert. Heute bauen wir einen Futterautomat. Jetzt holen wir den Bläder auf und mit die Eier. So, diese Kante ist ja schräg, weil der Boden schräg drinnen liegt. Ich will aber das, was ich anschraube, jetzt hier gerade anschrauben. Das heißt, ich werde das hier gerade hobeln müssen. So, das ist jetzt gerade. Jetzt habe ich nur so einen Streifen heruntergeschnitten mit 8 cm. Der kommt einer links hin und einer rechts. Das schneide ich mit der Kapsäge, diesen Streifen. Jetzt muss ich sie wieder gerade stellen. Also einmal links, kommt das einmal hierher. Genau, brauche ich mir nur dann hier den Strich machen, damit ich weiß, wo ich vorbohren kann. Ich bohre ich zweimal vor. Jetzt sehe ich von heraus quasi die Bohrungen. Was nehme ich da für eine Schraube? 40er ist mir zu kurz, 50er. Hirnholzschrauben ist nicht sehr super, aber hat nichts zu halten. Und hier bin ich jetzt genau gerade und im Winkel. Und hier noch eines, das halte ich mir her. So, schneide ich das noch ab. Dann mache ich das selbe. Ich mache mir hier oben einen Strich. Jetzt kann ich hier genau sehen, wo die Platte ist. Bohe zweimal vor. Und jetzt kommt noch hier vorne einer und hier ist das Futter drinnen und das können Sie dann vernaschen. Hier kann ich jetzt nicht allzu lange nehmen. Hier nehme ich viermal 40er. Die 50er würden mir das Hirnholz hier auf jeden Fall ersprengen. Und zweimal hänge ich es noch hier an. Ah, was habe ich jetzt genommen? Habe ich da jetzt falsche Schrauben hineingeworfen. Ja, zwei Stück waren es, glaube ich. Zu kurz in einer Schachtel ist kein Problem. Aber wenn man jetzt längere hineingibt und ich glaube, das sind 50er Schrauben bei einer Tischplatte an und das sind 60er, dann habe ich ein großes Problem. So, zwei Zentimeter. Das heißt, bei drei Zentimeter kommt eine Schraube schräg hinauf. Das hält dann auf jeden Fall alles aus. Gerade ansetzen. Und dann erst schief halten, die Maschine. Sonst kann man nicht ansetzen. So, und hier kann ich wieder 50er nehmen. Denn hier schraube ich ins Lenksholz und da gibt es nochmal kein Problem. Den sehe ich. Dann werde ich den hier auch sehen. Okay, das hält jetzt auf jeden Fall. Jetzt ist nur noch der Deckel an der Reihe, denn ich glaube, ich habe schon gesagt, so ein Gitter habe ich nicht. Und sobald ich eines habe, werde ich es, wenn viel leer ist, die Truhe wechseln. So, und jetzt kommt der Deckel dran. Jetzt sieht man den schrägen Boden gut. Das Futter läuft nach unten. Und jetzt brauchen wir noch einen Deckel. Okay, ich habe am Dachboden noch ein Blech, das kommt dann rauf. 70. Hinten liegt sowieso ganz an 70 mal 70. Das ist es und das mache ich zum Draufstecken. Also hier drinnen sind zwei Leisten. Das wird draufgesteckt und sollte reichen, dass ich kein Werkzeug brauche. Und ich will auch keine Bänder hinten geben, sonst wird das Ganze wieder nur unnötig kompliziert. Und wenn jetzt zum Beispiel Schnee oben liegt, ist es besser, ich kann es herunternehmen, dann kann ich das schön abkehren. Also ich werde das definitiv zum Stecken machen. Und ich kann ja gerätisch einen Stein drauflegen, aber ich werde das seltener öffnen müssen, weil wenn ich da Futter hineingebe, habe ich sicher 30 Jahre Ruhe. So, jetzt habe ich das auch zusammengeschraubt. Von einer Seite nochmal. Das ist unten vorne. Und das muss ich jetzt noch innen hinschrauben. Das teile ich mir auf. Das passt dann da hinein. Hier habe ich 11, 10, 7. So ist das ungefähr gleich links und rechts. So könnte ich auch schauen, ob es gerade ist. 9, passt. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe. Das riecht extrem gut, das Kiefernholz. Oder habe ich das nur gedacht immer, dass es so gut riecht. Also alles, glaube ich, ist nicht Kiefer. Es ist stellweise Fichte auch dabei, aber es riecht gut. So, jetzt lege ich mir das her. Das wird nur durchs Eigengewicht halten. Ich werde hierzu dieses Brett nochmal wegnehmen. Dann kann ich nämlich hineingreifen und kann mir genau anzeichnen, wo ich die Leisten hingebe. Das schaut unten vor, dass es hier stabiler ist. Und das geht sich hier innen genau hinein. Das hat jetzt 2 mm Spiel. Hinter bin ich dann bündig, weil ja meine Wand hinten ist. Also so und das Blech lasse ich dann anschauen. Das Blech schaut dann an die Wand hinten an. Hier habe ich 6. Jetzt passe ich so und jetzt gehe ich da unten hinein und mache mir einen Strich. Jetzt habe ich hier genau die Markierungen innen. Und da kann ich jetzt was hinschrauben. Das passt genau hinein. Das hier, hier ist der Strich, das muss passen. Und hier das teile ich links und rechts auf. Ein bisschen Luft lasse ich auch. Das Blech werden wir erst hinschrauben, wenn der Kasten an den Hühnerstall angeschraubt ist. Denn dann kann ich genauer an den Hühnerstall dicht angehen. Also hier ist der Strich und ich habe hier 2-3 mm Luft gelassen, damit das wirklich schön hinein kann. Und dann wird das nur angeschraubt. Andere Seite dasselbe. Hier erkennt man den Strich. Zack, circa so hin. Jetzt kann das in keiner Seite aus. Eigentlich perfekt, so würde ich sagen. Jetzt schraube ich dieses Teil noch hin. Dazu nehme ich den Deckel wieder herunter. Die alten Löcher habe ich wieder erwischt. Und wenn das jetzt dann so dort steht und ich muss es befüllen. Ah genau, ich kann das so an die Wand hin anlegen und wenn es schnee ist, kann ich es weglegen. Also es wäre unnötig gewesen, wenn ich jetzt hier großartig Beschläge und dergleichen genommen hätte. Leider können wir das heute nicht mehr montieren. Es ist schon sehr dunkel draußen. Die Hühner schlafen schon. Aber wir werden das morgen gleich machen. Dann ist dieses Projekt abgeschlossen. Ich mache heute Feierabend. Für euch geht es jetzt gleich wieder weiter. Also ich hätte das gar nicht sagen sollen, dass es jetzt dunkel draußen ist. Es ist wunderschön, es ist Mittag, jetzt bin ich fertig, jetzt gehe ich hinaus und montiere das. Mit euch natürlich. Ein neuer Tag. Wir werden das jetzt rausbringen und montieren. Horuck, 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 hopp, hopp, hopp. Und hier kommt das jetzt her. Das messe ich mir nur aus. Also hier könnte ich es nageln, das wäre mir aber zu hoch. Okay, hier ist ein Staffel. Der ist circa 28 Zentimeter über den Auslass. Okay, das ist ja dieser hier. Das ist mir zu hoch oben. Dann brauche ich Schrauben mit 2, 4, 4, 5, 5 und diese Stärke. 5, 5 und 3, 8. Also 70er Schrauben. Oder 80er, 85er Schrauben werde ich jetzt holen. Eine Bohrmaschine und dann werden wir das hier anschrauben. Ich werde nicht mit der Wasserwaage arbeiten. Ich gehe hier mit dieser Leiste gerade. Und mit dem Vorsprung geht sich das aus, gut aus. Aber trotzdem kommt das Blechdach rauf. So, jetzt habe ich die Bohrmaschine hier. Jetzt bohre ich da mal vor. 4 Schrauben sollten reichen. Also mehr wie. Jetzt habe ich hier einen Bit. Und drehe einmal vorsichtig rechts und links die Schraube hinein. Geschwindigkeit zurücknehmen. Schrauben immer mit der 1er Geschwindigkeit hineindrehen. So, hier ist es praktisch. Ich kann mir die Bohrmaschine in die Hose hängen. Und jetzt schauen wir mal weg der Höhe. Achso, ich muss darauf achten, dass die Hühner reinfutten. Achso, die Hühner sollten ja quasi hinklängen. Okay, hier ist eine Erde im Weg. Das muss ich kurz wegstechen. Das muss ich kurz wegstechen. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Ich will nicht, dass es den Boden berührt. Dass das Holz die Feuchte nicht saugt. Versuch Nummer 2. Hier bin ich gerade. Hier nach diesen Leisten auch. Auf jeden Fall die Hühner können da drüben noch hinein unter die Hütte. Das ist wichtig. Und hier noch die letzte Schraube. Die Hühner freuen sich, dass sie graben haben müssen. Die suchen schon. Ich werde jetzt noch hier ein wenig wegstechen, damit die Hütte wirklich ganz ohne Kontakt mit dem Erdreich auskommt. Hier vorne ist noch ein wenig. Aber so ist das schon besser, als wenn sie am Boden stehen würde. So, jetzt schauen wir innen, ob die Nägel gucken. Kein Nagel guckt. Achtung! Hier, das muss so weg. Und dann in der Tiefe muss es so weg. Diese Nase schneide ich aus. Und jetzt messe ich das noch mit dem Blech ab. Und dieser Zaun wird sowieso früher oder später wegkommen, da er unnötig war. Ich habe mir gedacht, dass die Schafe hier rüber können, aber das funktioniert nicht. Wenn die Hühe zu den Schafen kommen, die räumen den ganzen Stahl immer aus. Also graben wir alles heraus. Also hier mache ich es. 73 mal 80. Das zeichne ich mir jetzt an. Diese Kante hier ist schöner. 73, das ist hier. Da schneide ich es aber hier circa. Und mal 80 hier. Ich habe alles hier, was ich brauche. Winkelschleifer, Brille, Gehörschutz, zwingen. Ich habe mir das niedergezwingt. Hier eine überdimensionierte Messmaschine. Hier oben schaut es gerade aus. Das heißt, ich werde von hier messen. 66. 66. So. Zeichne ich mir hier. Das ist gut. Jetzt hänge ich mir das hier noch an. Jetzt nehme ich mir eine etwas kleinere Messmaschine her. Bin ich jetzt am Tisch? Ja, super. Habe ich nicht aufgepasst. Gerade noch ausgegangen. Hier, ganze Scheibe weg. Das Blech ist jetzt zugeschnitten. Jetzt werde ich diese Kante etwas anschleifen, denn sonst kann man sich verletzen. Messen wir das Blech gleich ab, dann kann ich auch Schrauben gleich mitnehmen. 60er-Schrauben sind hier genug. Die werde ich hier oben natürlich schrauben, denn hier unten, hier wird das Wasser häufiger sein. Also die Menge an Wasser. Hier hier oben am Hügel natürlich weniger, weil es abbringt. Daher wird hier geschraubt. Ich brauche jetzt die Schutzbrille und dann wird das hier geschliffen. Schrauben habe ich auch gleich mitgenommen. Und hier habe ich eine dicke Scheibe drauf. Schauen wir mal, ob das geht. Die Blechplatte liegt hier schon. Ich habe hier die Bohrungen. Hier habe ich Schrauben. Hier ist der Zaun mit den ganzen Maschinen. Hier habe ich die Beilagscheiben hergelegt. Beilagscheibe, 4x60er. Hier habe ich so einen Schlauch von einem Fahrrad. Zum Dichten auch ist. Den teile ich mir hier auf, auf 3-4 Stücke. So einen Abschnitt von 1,5 cm circa. Kommt die Schraube hier durch, durch den Gummi. Muss sich bohren. Jetzt kommt das Ganze rauf. Und jetzt kann ich das hier anschrauben. Links und rechts aufteilen. Okay, also 60er-Schrauben sind zu kurz. Habe ich nicht gut gemessen. Muss ich mir 70er holen. So, vielleicht geht hier nur kein 60er-Schrauber. Habe ich mir gerade gedacht, weil eine Fuge genau unten ist. Ich habe jetzt beide Schrauben hier. Die Hühnerpecken auf meinen Füssen. Hier kommt jetzt dieser Fahrradgummi. Dann kommt eine Beilagscheibe. Und das dichtet dann ab. Natürlich ist das ein wenig übertrieben. Ich weiß, da oben sind die Bohrungen schon fertig. Hier herunten mache ich mir die Bohrung selber. Hier wieder der Gummi durch. Eine Beilagscheibe. Die Schraube hinein. Ah, jetzt habe ich die Beilagscheiben ja immer verkehrt gegeben. Also zuerst die Beilagscheibe und dann der Gummi. Ach du. Ach du Jammer. Jetzt ist das dicht. Hier oben musste ich das auch noch reparieren. Habe ich auch verkehrt gegeben. Warum, weiß ich nicht. Manchmal denkt man nicht so mit. Ah, ich weiß schon, warum ich den Gummi oben lasse. Ich habe durchgestochen und habe das gleich oben gelassen. Anstatt ich das wieder herunternehme. So und hier kann jetzt kein Wasser hinein. Traumhaft. So und jetzt werden wir das befüllen. Ich könnte hier drinnen auch zwei Trennwände machen. Das werde ich vielleicht machen, dass ich Mais und Weizen separat hinein kann. Und so kann ich immer nur diese Getreideart nachfüllen, die fehlt. Hier ist das jetzt gemischt, aber das ist ja jetzt kein Problem. Wilma. Jetzt können die Hühner hier unten wegessen. Und hier oben passt ganz schön viel hinein. Hier ist das jetzt voll. Ich kann das bis hier oben her voll machen. Und unten läuft nichts aus. Es läuft immer nur das nach, was quasi weggefressen wird. Das kann ich hier mal so demonstrieren. Wenn ich hier weg tue, läuft das nächste wieder nach. Sieht man das? Alles zu. Alles zu. Perfekt. Und falls hier Regen kommt, wird es nicht hinein können. So. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, dieses Projekt hat euch gefallen. Es hat eigentlich nichts gekostet. Es war so resthölziger, wie so nicht gerade hochwertiges Holz. Es ist noch nass. Also falls es hier zusammentrocknen sollte und große Luft ist, werde ich leisten geben müssen. Aber glaube ich nicht vom Gewicht her. Ich kann mich hier abstützen. Also ich sage danke. Über einen Daumen rauf würde ich mich freuen. Und wenn ihr andere Videos schaut, es gibt von den Hühnern mehrere Videos. Das war damals aber noch die ersten Hühner. Die hat leider der Hund alle. Ja, aber dieses Problem haben wir gelöst. Darüber gibt es auch ein Video. Vielleicht ist das schon auf YouTube veröffentlicht oder es wird das. Auf jeden Fall ist das schon gefilmt. Es sind einige Projekte, die schon gefilmt sind. Also es kommt laufend Spannendes nach. Natürlich will ich über ein Abo freuen. Die Nadja auch und der Erich auch. Wir würden uns alle über ein Abo freuen. Daumen rauf. Wäre auch super, glaube ich. Falls ihr jetzt sowas kaufen wollt, ich liefere bis Berlin. Tschüss, Baba. Viel Spaß. Wir fühlen, komm. Komm. Jetzt fülle ich meine Nierensteine durch, vielleicht gibt es die Eier zum Moment. Jetzt fülle ich meine Nierensteine durch, vielleicht gibt es die Eier zum Moment. Jetzt fülle ich meine Nierensteine durch, vielleicht gibt es die Eier zum Moment. Jetzt fülle ich meine Nierensteine durch, vielleicht gibt es die Eier zum Moment. Jetzt fülle ich meine Nierensteine durch, vielleicht gibt es die Eier zum Moment. Jetzt fülle ich meine Nierensteine durch, vielleicht gibt es die Eier zum Moment.